Swiss Air 111, Sie sind nur noch wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Sehen Sie die Landebahn? Nichts ist zu erkennen. Das Cockpit ist voller Rauch. Das Feuer breitet sich rasant aus. Wir landen genau hier. Das Gespräch zwischen der Fluchtwärmung und dem ersten Offizier könnte jeden fassungslos machen. Und leider ist dies keine erfundene Geschichte, sondern ein echter Vorbild, der die ganze Welt erschüttert hat. Wie geht es nun mit diesem Flugzeug weiter? Und überleben diese 229 Menschen oder nicht? Das ist die Geschichte des Swiss Air Flugs 111, die du dir bis zum Ende des Videos ansehen musst, um zu verliehen. Um unsere Moral zu stärken, abonniere den Kanal, damit wir auch dir weiterhin solche unglaublichen Geschichten bringen können. Lasst uns also loslegen. Am Abend des 2. September 1998 gegen 7 Uhr machte sich ein Passagierflugzeug bereit, vom John F. Kennedy Flughafen in New York, USA abzuheben. Der Flug 111 der Swiss Air Airline sollte von New York aus den Flughafen Cointun in Genf, Schweiz erreichen. Dieser war ein 8-stündiger Flug. Für diesen Flug wurde eine 7 Jahre alte McDonnell Douglas MD-11 Maschine eingesetzt. Das war zu dieser Zeit ein beliebtes Flugzeug. Dieses Flugzeug verfügte über ein Bordunterhaltungssystem, dem IFE, das in den Sitzen der Ersten und der Business Class installiert war, was es sehr beliebt machte. Dieses System ermöglichte es den Passagieren, das Internet, ihre Lieblingsfilme, Spiele und vieles mehr zu genießen, was für die damalige Zeit sehr fortschrittlich war. Und die Swiss Air war eine der wenigen Fluggesellschaften weltweit, die dieses System auf ihren Flügen einführte. Der Flug wurde von Kapitän Urs Zimmermann, 49, geleitet, der 10.800 Stunden Flugerfahrung hatte, davon 900 Stunden auf der MD-11. Bevor er seine Karriere bei der Swiss Air begann, hatte Urs Zimmermann auch als Kampfpilot bei der Luftwaffe gedient. Der erste Offizier in der Kabine war neben Kapitän Urs Zimmermann der 36-jährige Stefan Löw, der 4.800 Flugstunden Erfahrung hatte. Wie Urs Zimmermann hatte auch Stefan Löw bei der Luftwaffe gedient, bevor er zu Swiss Air kam. Neben den beiden Piloten befanden sich auch 12 Flugbegleiter auf diesem Flug. Pünktlich beförderte das Flugzeug 215 Passagiere. Mit dem Auftanken beginnt auch der Prozess des Zurückschiebens des Flugzeugs. Langsam aber sicher erreicht das Flugzeug die Landebahn. Und die Piloten werfen die Motoren an. Wenige Augenblicke später beginnt das Rollen und das Flugzeug beschleunigt die Landebahn hinunter und hebt genau um 8.18 Uhr ab. Nur 15 Minuten nach dem Start, als das Flugzeug eine Leiseflughöhe erreicht, kommt es dem Flugzeug zu einem kompletten Funkausfall, der 13 Minuten lang anhält. Zunächst denken die Piloten, dass es ein schwerwiegendes Problem mit dem Funksystem des Flugzeugs gibt, aber später stellen sie fest, dass sie versehentlich die falsche Funkfrequenz eingestellt hatten. Danach verläuft die etwa halbstündige Reise reibungslos und ohne jegliche Probleme. Doch 52 Minuten nach dem Start, um 22.10 Uhr, als sich das Flugzeug auf einer Höhe von 33.000 Fuß befindet, riechen die Piloten plötzlich etwas Brennendes im Cockpit. Um sich zu vergewissern, ruft der Kapitän eine Flugbegleiterin in die Kabine und fragt sie, ob sie auch etwas Brennendes und Rauchiges riecht. Die Flugbegleiterin bestätigt ihm seine Vermutung. Sofort nach der Bestätigung befiehlt der Kapitän, die Lüftungsschlitze der Klimaanlage zu schließen. Damals galt es als normal, dass aus den Lüftungsöffnungen der Klimaanlagen in Verkehrsflugzeugen ein wenig Rauch austritt. In einer solchen Situation denkt der Kapitän, dass der Brandgeruch genau aus diesen Lüftungsöffnungen kommen könnte. Und deshalb befiehlt er, sie zu schließen. Nach dem Schließen der Lüftungsöffnungen verschwindet sowohl der Brandgeruch als auch der Rauch aus dem Cockpit. Das hält aber nur zwei Minuten an, denn nach zwei Minuten erfüllt der Brandgeruch und der Rauch wieder das Cockpit. Jetzt hat der Kapitän das Gefühl, dass es tatsächlich ein größeres Problem mit dem Flugzeug gibt. In dieser Situation beschließen beide Piloten, einen Pan-Pan-Pan-Ruf an die Flugsicherung in Moncton zu senden. Natürlich zeigt ein Pan-Pan-Pan-Ruf an, dass es ein größeres Problem mit dem Flugzeug gibt, obwohl es momentan sicher ist und keine unmittelbare Notsituation besteht. In Anbetracht des Ernstes der Lage beschließt die Besatzung von Flug 111, den Flug umzuleiten und auf dem Logan Airport in Boston zu landen, der nur 234 Meilen von ihrem Standort entfernt ist. Der Kapitän spricht mit der Flugsicherung und bittet um die Erlaubnis, in Boston zu landen. Nach Prüfung der Informationen schlägt die Flugsicherung vor, auf dem Halifax Stanfield International Airport, statt in Boston zu landen, da Halifax nur 66 Meilen von ihrem Flugzeug entfernt ist. Der Kapitän braucht ein paar Sekunden, um diese Entscheidung zu treffen und nachdem er einige notwendige Überprüfungen durchgeführt hat, stimmt er der Landung in Halifax zu. Danach überträgt die Flugsicherung von Moncton die Verantwortung für die Führung von Flug 111 an die Flugsicherung von Halifax. Auf Anweisung der Flugsicherung beginnen die Piloten mit dem Sinkflug, um das Flugzeug in Halifax zu landen. Flug 111 sollte auf der Landebahn 06 des Flughafens Halifax landen. Aufgrund der übermäßigen Störung können die Piloten die Anweisungen der Flugsicherung, auf eine Höhe von 3000 Fuß abzusteigen, nicht richtig verstehen. Die Flugsicherung muss die Anweisung mehrmals wiederholen und vergeudet dabei wichtige Sekunden, was sehr wichtig für den Verlauf dieses Ereignisses ist. Also weist die Flugsicherung Flug 111 an, auf eine Höhe von 3000 Fuß abzusteigen. Da die Kabine jedoch nicht landebereit ist, ziehen es die Piloten vor, das Flugzeug auf eine Höhe von 8000 Fuß zu halten. Zu diesem Zeitpunkt teilt die Flugsicherung ihnen mit, dass das Flugzeug nur noch 30 Meilen von der Landung entfernt ist. Daraufhin sagt die Crew, dass 30 Meilen zu kurz sind und sie eine höhere Schwelle brauchen, um die Höhe zu verringern. Außerdem bittet die Besatzung die Flugsicherung, um die Erlaubnis, Treibstoff abzulassen, um die Landung zu erleichtern. Auf die Bütte der Besatzung hin, weist die Flugsicherung von Halifax das Flugzeug an, in Richtung St. Magrits Bay abzudrehen, da es in diesem Gebiet sicher sei, Treibstoff abzulassen. Auf dem Weg dorthin finden die Piloten auch einen 40 Meilen Weg, um den Flughafen zu erreichen. Auf Nachfrage der Besatzung teilt die Flugsicherung ihnen mit, dass sie den Treibstoff in einem Abstand von 10 Meilen zur Küste ablassen müssen. Die Piloten folgen der Nachricht und halten das Flugzeug auf eine Höhe von 10.000 Fuß und fliegen weiter in Richtung Halifax. In der Zwischenzeit schaltet die Flugzeugbesatzung gemäß der Swiss Air Checkliste für Rauch unbekannte Herkunft den Strom in der Kabine ab, wodurch die Umluftventilatoren an der Kabinendecke abgeschaltet werden. Infolgedessen schaltet sich der Autopilot ab. Der erste Offizier informiert die Flugsicherung darüber und teilt ihr mit, dass sie das Flugzeug nun manuell fliegen müssen. Daraufhin erhalten sie von der Flugsicherung die Erlaubnis, zwischen 5.000 und 12.000 Fuß zu fliegen. Kaum ist dieses Gespräch beendet, bricht in der Kabine direkt hinter dem Sitz des ersten Offiziers ein Feuer aus. Beim Anblick des Feuers bricht in der Kabine Chaos aus und der erste Offizier ruft den Notstand aus. Der erste Offizier teilt der Flugsicherung mit, dass sie sofort Treibstoff ablassen und landen müssen. Kurz darauf teilt die Flugsicherung der Besatzung mit, dass Flug 111 jetzt zum Ablassen von Treibstoff freigegeben ist. Trotz mehrmaliger Wiederholung der Meldung erhält die Flugsicherung keine Antwort von Flug 111. Da der Transponder des Flugzeugs aufgrund des Feuers ausgefallen war, konnte Flug 111 nur per Radar geortet werden. Daher erhielt die Flugsicherung keine Informationen über die Höhe des Flugzeugs. Kurz vor 10 Uhr wird ein Alarm ausgelöst, der ein Feuer in den Triebwerken des Flugzeugs anzeigt. Als der erste Offizier dies hört, schaltet er das Triebwerk ab. Dadurch entsteht jedoch ein Ungleichgewicht in der Schubkraft des Flugzeugs, sodass es sich nach rechts neigt. Zu diesem Zeitpunkt war die Kabine mit Rauch gefüllt und die Piloten konnten vor sich nichts mehr sehen. Außerdem funktionierte der Autopilot nicht und macht es ihnen schwer, zum Flughafen zu navigieren. In dieser Situation setzen die Piloten den Sinkflug fort und bewegten sich, so gut sie es einschätzen konnten, auf den Flughafen zu. Sie ahnen nicht einmal, dass sie auf das Meer zu steuern, nicht auf den Flughafen. Die Piloten hatten keine andere Wahl, als im Dunkeln Pfeile zu schießen, weil es keine visuelle Hinweise gab. Da die Gefahr vor ihnen nicht bekannt ist, steuern die Piloten das Flugzeug weiter, in der Hoffnung, am Leben zu bleiben. Doch um genau 22.31 Uhr zu springen, mit einem lauten Knall die Fenster des Flugzeugs und der Frieden ist überall zerstört. Tatsächlich stürzt das Flugzeug in der Nähe von St. Margaret's Bay in Nova Scotia, Kanada, mit einer konstanten Geschwindigkeit von 555 km pro Stunde in den Atlantischen Ozeanen. Alle 229 Menschen an Bord verlieren auf der Stelle ihr Leben. Nun bleibt die größte Frage offen. Wie ist das Feuer in diesem Flugzeug ausgebrochen? Die Ermittlungen beginnen und was dabei ans Licht kommt, macht alle fassungslos. Tatsächlich brach das Feuer in diesem Flugzeug durch die Hitze des Unterhaltungssystems aus, das das attraktivste Merkmal der Swiss Air Flüge war. Die Untersuchung ergab, dass keine Maßnahmen zum Schutz vor Überhitzung getroffen wurden, um das Unterhaltungssystem kühl zu halten. Und es war dieser kleine Fehler, der zu einem Flugzeug für die Tragödie führte. Die Untersuchung ergab auch, dass das Abschalten der Stromzufuhr zur Kabine nicht nur falsch, sondern eine fatale Fehlentscheidung war. Dadurch stieg die Hitze und der Rauchen der Kabine noch schneller an. Dieser Vorfall war nicht nur für die Swiss Air, sondern auch für alle Fluggesellschaften weltweit eine Lektion, die zu verschiedenen Änderungen an Flugzeugen und ihren Unterhaltungssystemen führte. Doch trotz all dieser Veränderungen konnte das Leid, das dieser Vorfall verursacht hatte, nie vergessen werden. Heute können wir nichts weiter tun, als für die Seelen derer zu beten, die bei diesem Flugzeugabschutz ihr Leben verloren haben, damit sie Frieden finden. So, das war's für heute. Bald werden wir uns mit einer anderen interessanten Geschichte wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und pass auf dich auf.